So weit, so gut. Jetzt haben wir das hier. Jetzt werde ich hier wieder das als ein Pfeil zusammenbouncen. Und jetzt sieht man hier, dass hier viele Lücken entstanden sind, wo eigentlich nichts gesprochen wird, aber trotzdem die Aufnahme gelaufen ist. Das heißt, man hätte da so kleine Störgeräusche und so weiter. Und um dem vorzubeugen, gibt es ein nettes kleines Tool hier in Cubase. Das findet man unter Rechtsklick. Jetzt muss ich selber suchen. Detect Silence. Wenn man das aufmacht, dann kann man hier einstellen, also es ist so eine Art Gate, nur dass es nicht wirklich gated, sondern das Pfeil zerschneidet in einzelne Stücke. Und hier markiert blau sind die Stücke, die übrig bleiben würden, und weiß werden die Stücke, die rausgeschnitten werden. Diese rote Linie zeigt den Threshold an, ab welcher Lautstärke er merkt, dass da quasi ein Nutzsignal ist und kein Störsignal, wie in dem Fall. Mit hohem Runterhalt kann man die Dezibelzahl einstellen vom Threshold. Hier kann man die Mindestzeit, wie lang das Gate sozusagen geöffnet sein muss, und die Mindestzeit, wie lang das Gate geschlossen sein muss. Nicht, dass er hier anfängt zwischen den Worten oder so plötzlich Lücken zu machen. Ist das hier. Dann gibt's Pre-Roll und Post-Roll. Das bedeutet, sobald der den Threshold überschritten hat hier das Nutzsignal, würde er erst anfangen aufzumachen. Jetzt zählt er dazu, aber noch diese Zeit dazu nach vorne und diese Zeit dazu nach hinten. Das hat den Vorteil, dass kein Wort so wirklich abgeschnitten wird. Dann kannst du hier einstellen, Strip Silence. Das ist das, was ich haben will. Das heißt, er schneidet mir das hier auch wirklich raus. Und Process, dann rechnet er das drauf. Man sieht jetzt, das Pfeil hier ist zerschnitten. Und jetzt höre ich aber zu sicher... Ups, Solo ist nicht gut. Dann höre ich aber zur Sicherheit nochmal hier rein, ob da nicht Worte abgeschnitten oder Atmer abgeschnitten wurden, die vielleicht doch wichtig sind. Ah, das war diese Time-Stretch-Nummer. Zusammen mit der Liedspur hört sich das okay an. Von daher, okay. Die Geschenke kaufen gehen. Diese jetzt nach Hause. Freude auf das Fest. Heute auch verlässt. Heilig Abend. Eilig haben. Ich bleibe immer sehr entspannt. Nur noch per Internet Zeitversand. Kasse im Geschäft. Er spare mir den Stress. Nicht in die Stadt. Finde ich immer keinen Platz. Kerze auf den Tisch und bis die Kerze erlischt, stresse ich mich nicht. Okay. Dann selektiere ich wieder alle und baumst mir die wieder zusammen zu einem Fall. So, mein nächster Schritt wäre jetzt, weil wir bei der Aufnahme noch nicht wirklich auf Arrangement geachtet haben. Das heißt, das Arrangement wird sich voraussichtlich noch ändern. Also das heißt, ich weiß noch nicht, ob das die erste Strophe überhaupt ist oder die zweite und so weiter oder wo die Hooks überall hinkommen. Das ist alles noch nicht so ganz sicher bei dem Track. Deswegen wäre jetzt mein nächster Schritt, diesen Files hier ein Container zu verpassen. Mit Rechtsklick, Audio, Events to Part. So, jetzt sieht man noch diesen Container. Die Files im Container kann ich per Doppelklick erreichen und hier dann quasi editieren in diesem Fenster. Ich mache das deswegen, weil ich mir den Anfang gerne auf eine gerade Taktzahl ziehe. Weil wenn ich zum Beispiel die Files später irgendwie hin und her schiebe und ich habe das Raster so eingestellt, wie es jetzt hier ist, zum Beispiel auf ein Ganzes. Und wenn ich das jetzt nehmen würde und verschiebe, dann würde man sehen, dass hier plus 1.0262 steht und nicht plus 1, was ich eigentlich gerne hätte. Das heißt, wenn ich jetzt loslasse, wäre das Pfeil überhaupt nicht mehr im Takt. Deswegen rückgängig machen. Wenn ich jetzt aber das Ende auf eine ganze Taktzahl ziehe und das hier auch und dann quasi verschiebe, dann sieht man, dass das gerade Zahlen sind. Insofern bin ich immer eigentlich im Takt. Und deswegen mache ich das jetzt hier mal. Anderer Weg wäre, aber da denke ich meistens nicht dran, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Pfeil hier nimmt. Man sieht, wenn ich das verschiebe, habe ich wieder eine ungerade Zahl. Jetzt gibt es die Möglichkeit, hier neben dem Snap-on-off Schalter einzustellen, auf was er denn snappen soll. Momentan snappt er aufs Grid. Bedeutet, er snappt hier genau auf das Gitter sozusagen. Man kann jetzt aber einstellen, Grid relativ. Was bedeutet, dass er den Anfangspunkt nimmt und den im Grid relativ zum Grid sozusagen verschiebt. Relativ zu dieser Einstellung. Das heißt, er wird jetzt das nehmen und um eins wirklich verschieben. Das wäre die andere Möglichkeit. Aber irgendwie vergesse ich das immer, wie gesagt. Und von daher ist das mit dem Container für mich irgendwie einfacher, nachher dann die Sachen zu verschieben.